Okay, verehrte YouTube-Schaft, wir spielen heute ein kleines, kurzes, für mich noch sehr unbekanntes Spiel, ein Mini-Projekt, und zwar Secure Contain Protect SCP-87-B. So, ja, ähm, komischer Name, irgendwelche, hier steht irgendwas auf Englisch, was ich jetzt nicht übersetzen werde, ich weiß einfach nur, dieses Spiel dreht sich darum, ähm, man geht ein Treppenhaus irgendwie entlang, oder man geht die Treppen runter und, ja, es passieren Dinge. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Deswegen gehen wir gleich mal in das Spiel rein und gucken, was so passiert. Okay, hier bin ich. Alles klar, also wir haben jetzt SCP-87-B hier betreten und sollen vorsichtig sein. Warum nur? Das ist eine Tür. Ich kann nichts mit ihr machen. Schade. Gut, dann gehen wir doch einfach mal, oder? Da oben steht Floor 1. Okay, das, äh, der zählt dann halt wahrscheinlich, in welchem Stockweg ich bin. Schick. Erinnert mich ein bisschen an Penumbra oder Amnesia. Floor 2. Awesome! Ah, okay. Weiter. Ja. Jo. Also. Da atmet etwas. Schweig, du pervers Weg. Okay, weiter geht's. Okay, ich kann nicht laufen, ich kann auch nicht spielen, ich kann gar nichts machen. Okay, okay, okay. Stockwerk 4. Was war das? Das ist heftig, das, also, atmosphärisch, boah, böse. Okay. Rechts ist irgendwas, ist interessant, ich gehe einfach rein. Weiter, fünf, das Stockwerk. Nett. Sag mal, kommt da noch was? Come on, bitches. What's going on? Ich bin ehrlich ein bisschen nervös. Ich weiß nicht was kommt. Hallo? Alter. Dieses, dieses nicht wissen, wann irgendwas geschieht. Ich meine, ich bin jetzt acht Stockwerke hier runtergelaufen, es passiert nichts. Ich höre nur die ganze Zeit dieses, diesen Sound am Hintergrund. Fuck! Ah, 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 nein! Oh, mein... Oh, fuck. Fuck. Was war das? Oh, shit, 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 okay, okay. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ihr wollt mich fertig machen. Okay, bring it on, bitches. I'm ready to do it. Come on, come on! Come on! Boah, ist da immer voll Augen-Schmerzen, wenn man hier... ...diese verschwommene Sicht und so. Ah, das ist schon krass gemacht. Also, der sah aus wie ein Ninja oder so. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ein fetter Grusel. Ich hab' mich sehr erschockt. Hallo? Komm jetzt nach unten. Oh, es ändert sich mal, der Weg. Wo ist denn alles? Ähm... Diese Wand. Da ist... Warte. Nein, scheiße, von wo bin ich gekommen? Bin ich hier gekommen? Nein, äh... Gerade, gerade... Da. Da. Ja. Ja. Okay, ich hab den Weg gefunden. So. Haben wir ein Missions... Ne, wir haben... Wir gehen eigentlich... Wir gehen einfach nur hier lang. Es ist eigentlich total sinnlos. Wir gehen hier lang und... ...denken uns, geil, ich bin jetzt im zwölften Stockwerk. Und ich chill mein Leben. Guckoo. Guckoo. Ich trau dem ganzen Ding. Wann war eben was? Weißt du was? Nein. Jetzt hab ich schon... Hallos. Ähm... Beim... Ach, stopp. Fuck. Okay, okay. Ist doch gut. Hallo? Oh! Oh nein! Oh fuck, fuck, fuck. Ge weg, ge weg, ge weg, ge weg. Ge weg, ge weg, ge weg. Fuck, da kam was auf mich zu. Okay. Oh shit, ich hab mir diese Schritte gehört und dann... Ich würde das ja jetzt gern mit Webcam spielen, aber... Das funktioniert leider... auf den Weg, die ich probiert hab, noch nicht. Kommt noch. Hallo? Ach! Da war nix. Nein. Da war nix. Warum sollte da was sein? Ich bin hier alleine. In diesem... Klappen wir mal auf. In diesem Keller? Ich finde nicht mal den Keller. Ich geh immer weiter. Gott. Böse, böse, böse. Ich geh immer weiter. Ich geh immer weiter. Come on bitches, bring it on. Noch haben sie mich nicht. Kann man eigentlich sterben? Ich weiß es gar nicht. Vor Angst vielleicht, ne? Behind you. Nein. Behind... Nein. Du bist... Nichts hinter mir. Nein, er ist nicht hinter mir. Er hat gelogen. Er hat gelogen. Nein. Er würde mir niemals seine Position verraten, dass... Nein. Niemals. Okay, okay, okay. Ich bin halt aufgeladen. Okay. Hallo? Weiter, 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 weiter. Was denn? Oh. Nein, nein, nein. Oh nein. Nein. Hallo? Oh fuck. Ich bin mir nicht vor, wenn ich mir nicht vorfassene. Ich bin mir nicht vor. Ich bin mir nicht vor. Hör auf damit. Das ist nicht nett. Das ist ganz gut, gar nicht nett. Okay. Ich geh weiter. Geh ich gerade nach unten? Eigentlich nicht. Ich guck nur noch mal. Hallo? Ah, so kann man auch jetzt vorfassene. Ich versuch die ganze Zeit um die Ecken zu schauen. Das sieht wahrscheinlich total blöd aus. Aber oh, es geht mal wieder nach links. Okay. Ich kenn das, wenn ihr meine Hände gerade sehen könntet. Also, sie schwitzen total. Und da mir passiert ja eigentlich echt gar nichts. Ich geh die ganze Zeit diese Treppen runter und es ist, ich bin jetzt bei 24. Es passiert nichts. Ich gehe einfach nur diese Treppen hier runter. Und da kommt ein Typ, der ist böse, guckt mich böse an und ich habe keine Ahnung und ich weiß auch nicht. Ich trau dem ganzen Ecken. Da kommt doch noch irgendwas richtig böse. 27. Okay. Da war wieder ein komisches Bereich. Ich hypnopiere erst. Was? Oh Gott, ist da was hinter mir? Oh Gott. Da ist was Rotes. Ist daran vorbei? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich guck weg, ich guck weg. Ich bin nicht da. Nein, ich guck weg. Ich guck weg. Ich guck weg. Ich guck weg. Nein, ich guck weg. Ah, 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 ah. Oh Gott, 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 oh Gott Untertitelung des ZDF, 2020